Herzlich Willkommen liebe Leute, jetzt ist mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich habe ja schon lange nichts mehr hochgeladen, konnte mich mir bestimmt zwei Monate extrem viel passiert und heute nehme ich euch mal wieder mit, erzähle euch was in den letzten zwei Monaten abgegangen ist. Heute haben wir nämlich CryptoCity auf der Ruhr, wir fahren dahin, die Baumaschinen sind im Einsatz, die Bagger sind am Rollen, würde ich sagen. Wir fahren nach der Jacke und wir sehen uns Listern. In a land of boundless opportunity where dreams know no limits and innovation shapes the horizon. lies a place like no other, CryptoCity. In a time where Europe went unstable, our brave founders came up with a visionary idea. A city made up of around 100 high value men and women, all with an entrepreneurial background, all together on a Caribbean island, all powered by blockchain technology. Wir sind mal in CryptoCity, liebe Leute. Wir schauen mal, ob die Straßen schon gibt, ob die Bagger sind, ob die Bagger sind, ob die Bagger sind, ob die Bagger sind. Und im Kristie bearst� Tellern, ob die Bagger sind, ob diese Bagger Jana genau bei gerufen. оф gem vill wohnen Bis zum nächsten Mal. So liebe Leute, Feierabend für heute, jetzt können wir schon was trinken im Sharks, es ist sehr heiß, 30 Grad. So liebe Leute, Feierabend für heute, jetzt können wir uns wiedersehen. So liebe Leute, Feierabend für heute, jetzt können wir uns wiedersehen. So liebe Leute, Feierabend für heute, jetzt können wir uns wiedersehen.